Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Nebenprojekt von mir, Pokemon Firehash. Aber in diesem Szenario, was wäre, wenn ich ein Pokemon-Anime wäre? Wie würde ich an der Stelle beim Team aufbauen, wie würde Pokemon so nicht fallen? Und wie würde ich die Anlage grenzen? Ähm, wir fangen gleich direkt mal. Ein neues Spiel, ich habe einmal kurz eingetest, damit alles läuft. Dann überlegt also uns ins Leute, durch die Pokemon Welt. Welcome to the world of Pokemon. My name is Professor. People call me a Pokemon Professor. I need help. I am suddenly became worth giving. No one for me. Because we call Pokemon, people and Pokemon live together by supporting each other. Some people play with Pokemon, some battle with some. But we don't know everything about Pokemon. There are so many mysteries to solve. That's why I study Pokemon every day. Uh, go? Uh, we're on board. Uh, what we say our name was? We go ourselves. Chris, because we are here, isn't it Ash? Chris, you ready? Okay, your very own Pokemon story is about. You say it's 10 times and have challenges. Beans like winters with Pokemon wigs. Yeah. Uh. The player level cleared. The player level thank you. Yeah. Yeah. I got my eye for underdog forms. Chris, you late. How are you, Professor? Chris, you late. How are you with Professor Oak? Yeah. I'm sorry. I'm sorry. That will happen. I'm sorry. Will you have to sleep on the morning future school? Oh fuck. So Chris, you woke up late. What a loser. It's a shame, because I ended up getting the best Pokemon. It's good to have a grandfather and business. Isn't it? Can't you later, Chris? Oh, I don´t like Karrus, in my Karrus hat er nicht so many mehr, als I'm unvermissed. Witzau-Gott-Spiel-Agina-Ainthus. Es ist hier und da. One of the Star-Propon have to take. Oh, there is one left, but it´s a bit wackless. If you want it, take it. Pikachu-Zera-Cred-Mouse-Propon. Guess we want Pikachu. Ich hab die Heimlich-Gott-Ainthus, kaffeln Sie οι Karrus und achten ihr? Ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht gemacht. Ich hab ihn nicht, aber nicht. Ich hab ihn nicht gemme. Und ich hab ihn nicht gemme. ホt signing Pekaschün, wie ich hab ihn noch damit gemacht. Ich hab ihn nicht gemmessen. Ich hab ihn nicht gemmessen. Ich hab ihn nicht gemme, aber ich hab ihn nicht gemmessen. Wir werden uns keinen Punkt nutzen, wir werden uns einen K-Punkt umfangen, von dem die ersten Fangenheit im Anime, aber nicht alle. So mein Team wird definitiv anders sein als Ashs. So, jetzt müssen wir erstmal los, fangen wir entweder so 30 bis 40 Minuten, ich versuche es kürzer zu halten. Es wird jetzt erstmal ein Sonntagsprojekt. Ok, wir kommen mit Turbo-Träter. Ja, dann geht's los. Und ein Sandalen direkt. Das ist ein ganz vernünftiges Move-Set. Also, es ist ein komplementarer Alter-Punkt. Das ist ein komplementarer Alter-Punkt. So. Das ist ein komplementarer Alter-Punkt. Das ist ein komplementarer Alter-Punkt. So, das hab ich dann gemacht durch dieses Mal und wir haben noch gepeilt. So, ein bisschen erstes Training kann uns hier nur richtig schaden. Ich glaube, die ersten Pokémon, die wir fangen können. So, ein bisschen erstes Training kann uns hier. So, ein bisschen erstes Training kann uns hier. Tatsächlich wäre die ganze S-Pumme und die Spangwürde, wenn ich die ihnen begegne. Die ersten Matte, die ich bin, sind natürlich schon mal schlau, noch bevor ich meine Reihen beginne. Das war ja, ich war ja, ich war ja, ich war ja, ich war ja. die Kante ist ja relativ viel Kante wird dann eben schon Kante kann man schon so wenig und dann kann man die Kante anfangen Ein bisschen zu entscheiden wie Mannen, vor allem bei Mannen. Umgekehrt bis Punkt, kannst du auch was einkommen, unbedingt zu halten, wenn du das alles. Ohhhhhhh Daaaah! Ich habe das Problem, um, Tops und Off-Water machen, so ich spüren diese. So, das ergabend ist praktisch in einem 5, sehr schön. So, das ergabend ist, dass wir in einem 5, sehr gut sind, dass wir in einem 5, sehr gut sind. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Ich glaube, dass wir das Ganze auch schon einigermaßen gut vorbereiten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann gibt es die größeren Klammern in der Bühne. So, die beiden bleiben ab. Die Platz für den Doppel bleiben hoch. Und dann geht es auf Ash-Turfler. Bis, hier ist uns statt. Genau. Und ich kann euch noch mal sehen, dass ihr von euch würdet, wo die Erwäsche mit Spenom, Die Spreche wird auch nicht so oft haben wie bei 5.7 und 5.8. Ich hab's noch einen Ball hat. So ein Rippierer. Ablauf von der Comic-Con wie Harry Potter. Dann ist die Rippierer der Anruhe. Also einmal der Woffel. So, dann ist die Rippierer der 17-Wall. Okay, dann neu von 24.5. Mal schauen. So, jetzt ist die Kassel-Event 9. Mit Top-Kick-Legern. Das ist eigentlich ein guter Track-On. Und damit gibt es für uns nachher kein Resetil. Das wisst ich gern mal. Okay. Das ist noch wichtiger, als wir beim Angezeichnen. Aber hier gibt es einmal einen Pokémon-Setup, denn hier gibt es Ärger. Im Momenten, preparem für Trouble! Und MAKE IT UP! Und protect the world from devastation! Sie vitalen Kursomix, und denunten Eidens der Truth und Freiheit! Die Exendere Erre zu den Starter. Dessy, Jamech, mit Ragnar Blaster von Speed of Life! Und surrender now! Und die Keras. Meieff, das ist es! Hand auf, den Pokémon-Sherap! Und wie im Angebot merkt die Kassel das immer lange sein. Ich habe die Kassel geflossen. Ja. Hallo, ich habe die Kassel geflossen. Ich habe die Kassel geflossen. So, äh... das haben wir erst mal ein abgeschossen der ersten zwei folgen oder weniger wieder weg wird doch noch ein bisschen kürzer Ich glaube, ich bin ein bisschen anzupassen an die Gehösungmenge von Pokémon. Ich könnte ja mal in die Kommentare schauen, ob ihr das gut findet oder ob ich längere Prats machen wollt. Weil es da... ne... Prats ist mir ungerollt zu lange nicht. Ich komme hier noch weiter. Ich komme hier direkt. Ich komme hier oben. Ich komme hier zum nächsten Mal. Okay, ich komme hier weiter. Hier unten gibt es noch ein Item, ein Poké-Bio, ok. Ah, ah, gut. Okay, hier unten geht's noch ein Ding, aber ich habe noch ein Ding. Der Razor und Gitzel ist weiter. Oh, es ist 3, 4. Ja, äh. Ich kann das nicht erworben. Okay, Brindlefmoen. Okay, da riechst du mal nichts. So, oh, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich könnte das mal richtig machen. Das ist doch so stupid. Das ist so schwierig zu tun. Po, Po, Po. Oh f- So 3% Ja, das heißt, ich kriege, kriege. Firefight now. Okay. Oh, uh... So wie sagen wir dennoch machen wir die ersten Schritte in den Batania-Wald. So wie sagen wir den Batania-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Ich hab's euch gefallen, als er ein bisschen aus Robby gemerkt hat. Das Robby als der besten Pokémon wurde. Das ist auch ein Pokémon-Wald-Wald-Wald. Das ist auch ein Pokémon-Wald. Das ist auch ein Pokémon-Wald. Das ist auch ein Pokémon-Wald-Wald. Das ist auch ein Pokémon-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Das ist auch ein Pokémon-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Das ist auch ein Pokémon-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-W Die Caps und Caps sind meine ersten Fänge, da wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß und auch bei den anderen Projekten.